Ameisenkinder von James Criss Gelesen für Lesungen für die Seele Wer hat Ameisenkinder gesehen? Können sie nach sechs Tagen schon gehen? Laufen die Ameisenbabys geschwinder, als zum Beispiel Mistkäferkinder? Ja, kriegen sie schon einen Klaps auf den Po? Ach, meine Lieben, die Sache ist so. Wer Ameisenkinder sah? Ganz kleine. Der lügt. Der betrügt. Es gibt nämlich keine.